Ich habe ihn, ich habe ihn. Ja, dann bleibt ja nur zu sagen, hallo und herzlich willkommen beim Portal 2 Coop. Ja, mit dabei ist der gute Reload. Ja, das bin ich. Und auch hallo an meine Abonnenten. Also wir haben beschlossen, wir machen das folgende Mal. Und zwar, ich nehme mit auf die ersten 10-15 Minuten, je nachdem wie lange wir den ersten Part machen wollen. Und dann gibt es bei mir einen Cut. Und wenn ihr mehr sehen wollt, dann müsst ihr zum Russell rüber auf seinen Kanal. Wird auch alles verlinkt. Und da gibt es dann den Rest von unserem LPT-Geletten. So ist der Plan. So ist der Plan, ja. So, was muss ich machen hier? Kuh-Geste steht bei mir. Ich winke. Ja, alles klar. Für eine Rest von unserer Arbeit, lasst ihr beide über ein Ping-Tool. Ja, Rambatsam. Wähle bitte mit dem Ping-Tool dein Lieblingstier aus. Ping-Tool, Lieblingstier, ich, Igel. Orange, beachte die Ausweiter eines Partners. Ein Stachel-Schwein. Das ist doch ein Igel, ist doch kein Stachel-Schwein, oder? Das ist doch ein Igel, ist doch kein Stachel-Schwein, oder? Das ist doch ein Igel, dein Lieblingstelement des Periodensystems aus. Ja, was? Mein, was? Mein Lieblings, äh, pfff, ja, kenne ich doch. Was ist denn das Silber da unten, glaube ich, ne? Ach, das hast du gemacht. Genau. Ach, bin schon verwirrt. Ist doch eine coole Wahl, die ich getroffen habe, ne? Ja, die ist ja. Und weiter geht's. Wahnsinn. Ich habe übrigens zwei Stunden geschlafen. Doch, so viel. Ja, zwei Stunden. Was kann ich machen, was? Hm? Ich, ich. Was, Pink-Tool, was war Pink-Tool, Pink-Tool-FG? Alles klar. Genau. Ja, was sollen wir jetzt machen? Blink nicht durch. Ah, guck mal, ich kann da durch. Ole, ole. Ein ewiges Hin und Her. Ja, jetzt, ich will die Waffe. Wie krieg ich die Waffe? Du musst dann an der Schräge, musst du noch eins machen. Ah, der oben, ach, das habe ich gar nicht gesehen hier. Pass mal auf jetzt. Achtung, ich komme. Aha, Rambazamba, blaues Portal, äh, Schluss. Und nun? Kann ich irgendwie rennen, oder geht das nur so? Das geht nur so. Geht nur so. Alles klar, so auf, zack, zack, bam, bin schon oben. Und jetzt, weiter geht's. Das läuft ja hier. Da ist ein Knopf, da ist ein Knopf, da ist ein Knopf, da ist ein Knopf, bam. Ah, ah, ah. Kalibrierung Gewicht Orange. Keine Abweichung erkannt. Was ist jetzt? Ah, es geht weiter. Alles klar. Keine Abweichung erkannt. Na, ist doch schön, ne? Täuscht ja alles hier. Das Ping-Tool ist von großem Wert, um eurem Partner bestimmte Stellen zu zeigen. Boah, die geben ja auch im Sack mit ihrem Ping-Tool. Was, was, ähm, ich bringe nicht durch. Was soll ich machen? Ich check's nicht. Will ich jetzt auch gerade? Ich check's nicht, ich check's nicht, ich check's nicht. Ach, du musst mir in die Partei schießen. Ah, jetzt siehst du, guck. Aha. Das läuft, das läuft. Aktivieren, aktivieren, ich aktiviere. Was muss ich machen? E. Klick. Und jetzt, äh, fällt da ein Würfel runter. Bei mir auch. Kalibriere ich da rein. Ah. Ah. So, wir warten nochmal greifen. So. E. Was magst du denn? Du sollst das nicht mit drumwerfen. Die Lava hat aber auch wieder, wieder viel. Ja, die quatscht auch die ganze Zeit, ne? Die wird auch später dann ganz schön frech. Ich drück da nochmal auf den Knopf. Weiß nicht, was da passiert, aber... Guck mal, da hast du einen Würfel bekommen. Den schenke ich dir mal, willst du? Alles klar, was mache ich damit? Was, ähm, Moment, ich muss gucken, was... Ah, das sollte ich dir wieder durchreichen, oder was? Ja. Alles klar, bitte hast du. Ah, schon geht die Lug. Ey, 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 du bringst mich um mich, hier ist komm, du bringst mich um. Ey, bleibst du da drauf? Was, was, was machst du? Kann ich irgendwas, kann ich irgendwas machen? Nee. Bei dir ist ein Knopf. Knoppe? Ein Knopf. Und jetzt? Äh, da musst du mir irgendwie Portale schießen irgendwie, dass ich da irgendwie hochkomme, glaube ich. Siehst du was? Ja, hier an der Wand hier eins, so, da so. Und dann? Und dann kommst du da oben irgendwie auf der anderen Seite hin? Ah, ja, das geht. Bam, bitte sehr. Gucken, ob das so ist. Na, na, komm da durch. So, und dann bin ich hier. Ach, ja, Wahnsinn, wie es vorangeht. Es ist ja, es ist ja unglaublich. Guck mal, Konfetti. Konfetti. Die tut aber nur so. Die ist hinterlistig. Die mag uns gar nicht. Kann man die auch abschießen? Ähm, ich, äh, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich hab's ja nur, ich hab mal, also den Singleplayer hab ich durch. Äh. Ist aber auch schon ewig her. Was machst du auf meiner Plattform? Was, wie auf deiner Plattform? Was ist das? Ist das nach Farben oder was, ha? Ich hab zwei Stunden geschlafen, Alter. Komm nicht mit Farben. Ich seh keine Farben. Ich seh nur schwarz-weiß. Toll, jetzt werden wir wieder auseinander gebaut. Eieiei. Ja, das ist jedes Mal so, ne? Die zerlegt uns jedes Mal und dann baut sie uns neu zusammen, wenn gut will. Ja, hoffentlich werden die Schrauben nicht ausgeleiert irgendwie. Oh ja. So, ich, 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 ich schlürfe hier meinen Kaffee leer und dann wird's auch, es wird dann stetig besser. Solange bis ich irgendwann mal ins Koma falle, dann... Dann ist vorbei. Dann ist vorbei. Dann ist auch das LPT an der Stelle beendet. Ey, reload, 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 hallo, aufwachen. Nein. Aber trotzdem kommt mir das nur so vor, oder ist das immer noch tierisch laut, das Spiel? Also, bei mir geht's jetzt. Also, ich hab's bei mir eingestellt. Ich hoff, dass, äh, ja. Also, meine Stimme nehm ich ja extra auf, aber du, du bist auf jeden Fall gut hörbar. Bild ich mir ein. So, cool, Geste. Was ist denn? Kann man nicht irgendwie abklatschen oder so? Oh, guck mal da. Pass mal auf. Ich, ähm, pass mal auf. Achtung, ich hau dir eine rein. Ne. Hm. Mist. Nicht winken. Zuschlagen. Warte mal, warte mal. Man kann auch irgendwie abklatschen oder so. Ey. Ey. Hast du nur noch von. Das ist ja geil. Aber warte mal, man kann irgendwie, irgendwo kann man abklatschen. Ey. Hallo. Ich wollte gerade versöhnen, verstehst du? Jetzt kommst du mit so einem Mist. Ja, tritt in. Tritt in die Weichteile. Aber wo gibt's ja hier gar nicht. Da kann man abklatschen. Guck, Achtung. Haha. Sehr geil. Okay, gut. Man kann auch so. Was kann man? Ey, cool. Ich seh dich hier ab und zu. Mal wird dein Bild hier eingeblendet. Ja, du kannst das mit der Tab-Taste. Mit der Tab-Taste. Ach ja, Wahnsinn. Wirklich. Ha. Haha. Coole Sache. Ansicht vergrößern kann ich auch. Meine Fresse, was ich alles kann. So, wo gehen wir hin? Was machen wir? Weiter aus, ne? Ja, können wir nur das, oder was? Hm. Naja. Eins, wo ein? So, ich geh links. Ich geh. Und wieder auseinander geschraubt. Hoffentlich verbauen sie sich nicht mal wieder. Also, ne? So richtig wieder zusammenbauen wieder. Nicht, dass ich auf einmal, was weiß ich hier, die Kugel von dir habe. Ich find mich stylisch, Alter. Ich find mich stylisch. Ja, ich mein nur, ne? Mit richtig zusammenbauen. Ja. Wird die Asche den kriegen, die Glados. Oh, was geht jetzt? Oh, ich falle. Ich falle. Oh, oh. Ich. Jetzt. Hm. Aber Fallschaden gibt's ja keinen. Glaube ich. Hoffe ich. Bin ich mir ein. Wenn wir es finden, dann wissen wir es. Okay, Glados. Das kriegen wir doch hin. Ich hab nicht zugehört. Weil ich bin nicht so der, ich bin nicht so, kann ich nicht zuhören. Das ist Schlaggasse? Oh, Schlaggasse. Äh, ja. Schlaggasse. Komm mal so schnell da runter. So auf, zack. Und, äh. Da so? Zack. Zack. Bitte, durch da. So, was gibt's da? Was ist da los? Was ist da? Ah, Schalter drücken. Ja, bei einem. Gleichzeitig. Drei. Ja, wollen wir, wollen wir runterzählen, es gibt da irgendwie eine Funktion, auch dass man Countdown einreichen kann. Einmal einen Countdown. Kommt, Selma runter. Ach so, ja und jetzt. Klick. Ja, 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 durch, 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 durch. Hm. Russell? Musst du da nicht irgendwie ein Portal reinschieben? Russell, kommst du bitte mal. Portal reinschießen, das ist ein Hebel, das ist, macht doch nicht so kompliziert. Da ist nicht das, da ist nicht das, da ist nicht das, da ist nicht das. Und wieder raus, wa? Was machst du, ich weiß es nicht. Ja, wieder raus. Wo willst du hin mit der Disk? Die musst du doch hier auf den Computer irgendwie anschließen. Welchen Computer? Draußen? Draußen? Ist da wo? Da stand irgendwo Insert Disc. Ja, das klingt, das klingt gut. Bam! So, was läuft? Was kommt für... Wahnsinn. Hm. Ich ahne Schrimmes, ich ahne Schlimmes. Glücklicherweise spürt ihr keinen Schmerz. Zumindest könnt ihr nicht mitteilen, dass ihr Schmerz verspürt. Nö, ich hab auch, also nach zwei... Oh! Sehr schön. Ist aber eine nette Geste wieder. Super. So, mein Kaffee ist leer. Dann bist du ja jetzt voll dabei. Oder noch nicht? Ähm, ne. Ne, okay. So, was spricht die Uhr? Ja, bisschen was vom nächsten Level nehmen wir noch mit rein. Bei mir. Mach mal 15-minütige, ne, oder? Ähm, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Was? Nein. Angst. Wir? Angst? Machen wir nicht Angst, machen wir nicht. Was? Dann gehen wir jetzt mal in zwei, wa? Ähm, was? Ja, okay. Ja, mach. Komm, geh raus. Da rein. Geh doch da durch. Jetzt zerlegt ihr uns schon wieder, oder was? Das ist ja voll die Seiche hier. Der ist doch mal schlimm. Das ist hier so nach dem Motto, das Spiel besteht eigentlich nur aus zusammen- und auseinanderbauen. Und ab und zu mal ein paar Portale schießen. Und Ladescreens, habe ich vergessen zu erwähnen. Hm. Wobei, es geht eigentlich recht fix, ne? Und noch hält meine Leitung. Ich hoffe, das bleibt ja so. Falls hier Platzregen oder so eintritt, dann haben wir ein Problem bei mir. Aber uns geht das diesmal komischerweise. Weil letzte Woche war so schlimm. Ja, du hast ja Kabel, da ist ja Regen, ist da ja wurscht. Ich falle, ich falle, ich falle. Autsch. Wo bist du denn, Achter? So, was ist da, was muss mir, was... Da ist ein, ein, irgendwas, ein, ein... Ein, 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 ein Laserding. Und da machen wir da ein Portal, da machen wir kein Portal, weil da können wir kein Portal machen. Weil da können wir kein Portal machen. So, da, 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 da ist ein Würfel irgendwo. Richtig. Hier, da. Wie kriegen wir den da raus? Kann ich den da abgreifen? Kann ich den abgreifen? Achtung. Achtung. Ja, ich glaube nicht. Ah. Dammit. Kann ich nicht. Da ist auch noch was. Warte. Ich gehe mal ein bisschen nach unten schauen. Ja, guck mal nach. Aber da, aber da kann ja eigentlich auch nichts sein, oder? Weiß es nicht. Ich auch nicht. Ja, wie kriegen wir diesen Würfel? Der fällt doch da irgendein... Ah, da geht's. Ah, 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 da geht's. Hinunter. Ich gehe mal auch runter. Yay! Autsch. So, sowas. Immer den suizidgefährdeten Roboter hier. Der ist doch nicht Suizid. Das ist, ähm, Tollkühnheit ist das oder so, wenn es das Wort gibt. Ich glaube, hier unten gibt's nichts zu holen. Ja, aber wie kriegen wir den Würfel? Wir müssen ja irgendwie... Aber, hm, selbst wenn wir den Würfel haben, was wollen wir dann damit? Ist das so ein Umlenkding-Würfel-Gedöns-Teil? Ne, das ist so ein, äh, wie heißt das so schön? Ein Blockierwürfel. Dieses Umlenk, das sind dort diese... Ach, guck mal, ich... Achtung, ich... Da ist ein Umlenkwürfel. Ja, ich weiß, wie es geht. Pass auf. Ähm, stell dich mal... Achtung, ich spring mal da oben auf den Knopf. Ist das hier? Moment, warte mal. Muss mal kurz was testen. Ähm, ja, könnte klappen. So, jetzt, äh, guck mal, was dann passiert, wenn ich jetzt da... Ups, gegen den Knopf springe. Achtung! Eiii! Und... Und? Was ist passiert? Nichts ist passiert. Ach, doch, doch. Wie, nichts ist passiert. Ah, da fliegt er. Der fliegt dann nach oben. Da musst du... Ah, alles klar. Alles klar. Du drückst auf den Knopf, dann kommt ja irgendwann dieser Würfel. Dann geh ich auf diese nächste Stufe hier. Aber welche? Wo fällt er denn hin? Ich hab's ja nicht gesehen. Die fällt hier da oben so. Warte mal, ich pinke mal. Da so hinten. Da fällt der Würfel hinten. Ja, wie kommst du da hoch? Ja, mit diesen hier. Mit dieser Schanze. Alles klar. Und ich muss dann praktisch... Auch dir unten eins machen. Ja, dann spring mal da hoch. Das kannst du ja vorher schon machen, oder? Nee, ich muss ja... Im Flug muss ich den ja... Ach, im Flug den abgreifen. Alles klar. Er ist doch spannend. Also dann fertig. Müssen wir aber timen dann quasi, ne? Genau, du musst ja als erstes springen. Du musst ja dagegen klatschen, so ungefähr. Und dann läuft ja so ein Countdown. Und ich denke mal, wenn der Countdown durch ist, muss ich springen. Also, pass auf. Ich springe... Jetzt springe ich. Ich springe. Juhu! Bam! Getroffen. So, mein Part war erledigt. Jetzt spring! Hol ihn dir! Zu... Wo bist du denn hingedüst? Russell? Hier, hier. Ja, du bist nicht getroffen. Fail! Ich seh's! So, ich will auch mal, ich will auch mal. Jetzt will ich das machen. Dann muss ich... Warte mal, dann muss ich die Portale wieder umschießen. So, zack. Ist doch egal, ich kann natürlich deine auch durch. Das stimmt auch wieder. Soll ich mal? Warte, was hast du jetzt? Achso, Moment. Ähm... Achtung. Bam! So. Ähm... Kann I? So, ja. Kann losgehen. Ich wär soweit. Und... Bam! So, jetzt, pass auf. Eiii! Das war zu früh, wahrscheinlich, oder so. Ah! Der echt ist ein toller Part. Muss warten, bis der... Bis der... Bis der... Bis der Countdown sozusagen runtergezählt ist. Mich denn da jetzt? Bling nicht durch. Warte. Moment, ich mach mir mal. Ich komm mal rüber zu dir. Ha, ha, ha. Servus. Muss warten, bis der Countdown sozusagen weg ist. Und dann rein... Achso, ach, du meinst, das ist quasi, man hilft uns. Okay, also was auch. Noch, noch. Dann, neuer Versuch. Ich bring mal. Hm? Wiiiiiii! Bam! Jetzt passiert gar nichts, oder was? Doch. Damm. Damm. Jetzt. Na, das war zu spät, diesmal. Spät. Dammit! Ja, ich will jetzt aber... Oh, komm mal her. Okay, einmal will ich noch. Einmal will ich noch. Ich will noch mal. Ich will noch mal. Einmal will ich noch. Dann, dann wirst du wieder versuchen. Okay. Und... Wusch. So langsam werden meine Schaltkreise kaputt. Ich habe ihn, ich habe ihn. So, und wenn zum Schützen ist, so mal aufhören, dann machen wir den Part bei mir bis hierhin. Und wie gesagt, wenn ihr weitergucken wollt, dann ab zum Russell, verlinkt ist es ja. Und ja. Ja, dann bis zur nächsten Folge. Tschüss. 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 Tschüss.